Im Namen des Vaters, des Rames und des Heiligen Geistes. Amen. Nuwene, zu Ehren unserer lieben Jungfrau von Bergekamer. Siebender Tag. Sei gegrüßt. Mutter der schönen Liebe. Sei gegrüßt, Mutter der schönen Liebe. In dir ist alle Gnade der Wahrheit, des Weges und der Wahrheit. In dir eine Hoffnung des Lebens und der Tugend. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflüte die ganze Menschheit. In dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflüte die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt. Und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflüte die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Maria, du Mutter und Königin des Karmel. Bitte für uns. Circa 5 Minuten Stille. Mit Gebet für die Anliegen der Herrin. Der Jungfrau. Und der unzündigen Frau von der gekrammert. Untertitelung. Vielen Dank. 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 Herr unser Gott, die demütige Jungfrau Maria, erstrahlt vor deinen Augen auf der Herrlichkeit ihres Sohnes und im Schmuck der Tugenden. Amen. Und so zu dir gelangen. Amen. 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 Amen.